Moin Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute versuchen wir mit Barley auf der Mepfentlänge im Solo zu gewinnen. Nur zur Info ich bin richtig schlecht mit Barley und ja, let's go in die Runde. Zum Glück ist mein Aufnahmeprogramm wieder gut. Erstmal ging es ja nicht und ja, jetzt ist alles wieder klar und dafür 1.700 Abonnenten. Nice Leute. Richtig geil. Vielen Dank für den Support Leute. Es wird einfach zu nice. Bei 10K gibt es ein Special. Ganz ruhig wie ein. Ich kann mir doch lieber helfen. Boah, helf mir. Komm, wir snacken uns die weg. Noch keiner. Hä? Ist das noch keiner, dude? Ja, einer. Safe. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich gut bin. Oh gut, dieser Dynamike hat mächtig reingeschickt, würde ich mal sagen. Runde, Runde. Huh. 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 Wir haben uns diese Penny jetzt so oben gemacht. Kann man nichts machen. Wir suchen unser Glück. Wie findet ihr eigentlich das Update? Wir finden es mit Sandy wieder einfachslos. Und diese zwei Neuen, wie nennt man das? Das sind ja zwei Neuen... Nein. Nein. Das wachst du nicht, mein Bruder. Nein. Das wachst du nicht, mein Bruder. Nein, das wachst du nicht. Dafür wirst du locker bezahlen. Dafür wirst du bezahlen. Dafür wirst du bezahlen. 300. 300. Mehr. 400. Mehr. Mehr. Nee, da kommst du nicht raus. Kommst du nicht raus. Nein. Hä? Dort. Da. So. Gut. Mist in der Kiste. Alle machen Auge. Wir sind Unehrenmänner. Und ich bin tot. Beste Reihenfolge. Und ja. Minus 3 ab. Allee. Da rieb ich auf. Noch ne Wunde. 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 Ja. Schon niemand. Tot. Hä? Wieso sind hier so viele Kissen? Nur benutzt. Hi Bali. Friendly. Nee. Lol. Wie Wahnsinn. Doch gleich, Mann. Lol. Noch eine letzte Runde. Und dann würde ich sagen. Was ist das auch mit diesem Video? So. So. Richtig. Nice. Nice, nice, nice. Aber nicht besser als Zukunft. Nice. Mein Zuschauer. Größe gehen raus. Und wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Oh. Ich dachte schon. Ich glaub nicht wir haben verkackt. Leute. Was ist los? Was ist los, Leute? Wie haben wir das überlebt? Wie haben wir das überlebt? Schreib mir das den Kommentar. Nein. Oh ja. Super. Ich helfe dir. Boah. Ich helfe dir. Ich helfe dir doch. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich helfe dir nicht. Oh. Ich helfe dir nicht. Oh. natürlich nicht. Leute, ah doch, aber warm. Safe macht da jemand? Gut, ähm, ich werde jetzt schon diese Runde abhaken. Dann müssen wir es weiter. Ich wollte ihn ranlocken, hat geklappt. Sehr gut, Leute. Papischte. Ist er dumm? Der hat mir gerade den Weg freigemacht. Okay, dritter, dritter, dritter. Ja, Leute, ich hoffe, dass ihr diese Episode gefallen lassen. Abo und Like da. Ciao. Kakao. Ile-gemi.